Yo, 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 was geht? Ich bin's MCP. Ich bin die Straßenkoper von der Straße hier mitten in Kreuzberg und ich spreche die Probleme an, die die Leute haben und ich muss mir ein bisschen Streetflow hier erwirtschaften, indem ich ein bisschen mit den Leuten rede, was die Moves sind, was sie bewegt, was sie wissen wollen und deswegen bin ich unterwegs und ich habe hier meinen Blog, meinen Blog, meinen Blog. Und da kann ich alles reinschreiben für meine neuen Texte. Yo, 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 junge Frau, bleiben Sie stehen. Ich bin's, die Straßenkoper, MCP. Was bewegt Sie gerade? Was sind die Probleme von der Straße, weil ich ein neues Album gerade rausbringe? Was ist das Problem von dieser Straße? Gucken Sie sich das da mal an, am Kinderwagen. Scheiße, hier nämlich, nicht drin, sondern hier an der Seite. Genau. Okay, ey, du bist hier mit deinem Baby, gehst hier lang und überall die Scheiße auf der Straße, keiner kümmert sich darum. Hey, wo ist denn Angela Merkel? Hier in diesem Blog bestimmt nicht. Wahrscheinlich nicht. Habe ich dir aus der Seele gesprochen? Ein bisschen. Du bist die? Gabi. MC Gabi, Alter, was geht? Fette Respekt. Hallo. Heldszeit. Halt, halt. Sie blockieren die Einfahrt für den Behindertenparkplatz. Yo, yo, du hast schon gar nichts mehr in den Beinen. Du kannst doch nicht mal richtig parken, weil du mit deiner Karre die Wagen versperrst hier. Yeah, yeah. Wäre ein Traum, irgendwann mal so ein fettes Bike zu besitzen, aber Träume gehen nur in Erfüllung, wenn du hart an deinem Traum arbeitest hier auf der Straße. Äh, hi, MCP, die Straßen Cobra, was geht? Äh, ich bring gerade ein neues Album raus. Sag mir ganz schnell, was sind die Probleme, die euch bewegen momentan? Deine Brüder. Und vielleicht irgendwas Politisches noch? Irgendwas anderes, irgendwas, was? Ihr hasst Politik. Wen ganz genau? Ja, alle. Ja, sag mal einen Namen. Merkel zum Beispiel, Hundegesicht Merkel. Hundegesicht Merkel, warum? Warum Hunde? Weil sie einfach scheiß Politik macht, weil sie alle scheiß Politik machen. Ja, aber mal jetzt konkret mit einem Argument, was ist die scheiß Politik, die du anprangerst? Alles. Da kann man nichts konkret sagen, das ist einfach alles scheiße. Ja, mach mal eins konkret. Die Brille ist auch scheiße. Okay, die Brille nehme ich ab, das hast du erreicht damit, aber jetzt, was ist an Merkel schlecht? Ihre ganze Politik, die sie macht. Ja, aber mal ein konkretes Argument. Alles. Okay, Mann, du bist der Mann, du bist die ganze Zeit, du kämpfst für deinen Staub, du sitzt gerade im Laub. Merkel, ey, scheiße, deine Politik. Warum? Ich weiß es einfach nicht, alles komplett. Guck dich doch mal an, Hundegesicht. Ohne dich, bald kriegst du Gicht. Keine Ahnung. Matze, MC Matze und... MC Flo, oder? MC Flo, MC Matze, die Jungs von der Straße mit dem Laub unterm Arsch. Yeah.